Und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Son Heung-Min. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen. Die große Chance. Und Abschluss. Kubo. Oh, stark vorbeigetritt. Holland. Hier ist Neymar. Freistoß für Portugal. Wunderbar nach vorn gespielt. Ganz lässig vorbeigegangen. Son Heung-Min. Da streicht der Ball am rechten Pfosten vorbei. Und der Versuch aus der Distanz. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Vorgabe des Trainers ist. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Mbappé hat die Chance. Alessandro Del Piero. Ein Alleingang. Son Heung-Min. Der ist drin. Fantastisch. Und wieder geht der rein. Es ist nicht zu glauben. Also das Stadion wird schon so langsam leer. Weil jeder weiß, das Ding hier, das ist sowas von durch. Was ist passiert? Wie geht das? Ich ziehe. Er ist ein Fan. Und Solo und Sie zählt.